braun schwarz und weiß aber auch rot und pink dass die farm in der es diese echt ledertasche die hand gefertigt ist gibt zum preis von roundabout 20 euro derzeit bei amazon käuflich zu erwärmen den link dazu findest du in der beschreibung zu diesem video über den kauf dieses oder eines anderen produktes über diesen link unterstützt du diesen kanal vielen dank dafür von dem hersteller coinkeeper gibt es diese handy taschen hinten kann man nur diesen kleinen aufdruck des firmennamens und des logos sehen ansonsten ist die tasche relativ clean das heißt sie ist braun oder schwarz oder weiß oder halt in den anderen farmen erhältlich und ist sonst relativ schlicht man kann auf der außenseite quasi auch keine nähte keine verarbeitungshinweise sehen wie diese tasche hergestellt worden ist das ist mir persönlich auch so ein kleines rätsel auf jeden fall wurde rings leder dort als material verwendet auf der innenseite ist das auf jeden fall entsprechend dieses echte leder an den seiten diese halteschalen und diese diese nase die man jetzt auch sehen kann vorne in schwarz die sind wohl aus kunststoff gefertigt die außenseite und so weiter da bin ich mir nicht sicher aus welchem material das denn überhaupt ist das heißt ob das dann irgendwie auch leder ist was dort verarbeitet worden ist oder eine kunststoff oberfläche ich weiß es gar nicht ganz genau auf jeden fall soll diese tasche hand gefertigt worden sein das kann man auch an der einen oder anderen ecke sehen wo das leder wahrscheinlich mit der hand nicht so genau geschnitten worden ist aber genau das macht eben auch eine hand gefertigte ledertasche aus ja die farben sind relativ angenehm sogar die weiße tasche mit diesem grauen leder auf der innenseite gefällt mir ganz gut ansonsten das handy in dieser tasche macht einen sehr guten eindruck alle anschlüsse alle knöpfe liegen insofern die tasche dann aufgeklappt ist entsprechend frei das heißt da gibt es keine probleme dass irgendwas schwer zu erreichen ist dass man kopfhörer oder auch das ladekabel in dieser tasche nicht anschließen kann also da gibt es halt keine probleme das einlegen des handys erfolgt unglaublich einfach unglaublich leicht dadurch dass diese halt nasen auf der linken und auf der rechten seite oben und unten entsprechend weich sind aus irgendeinem weichen material irgendein kunststoff wird das vermutlich sein lässt sich das handy wirklich einfach einlegen und die tasche ist verhältnismäßig passgenau das handy hält auch in dieser tasche das heißt wenn man daran wackelt und die tasche auf den kopf fällt dann fällt das handy nicht so ohne weiteres raus das handy ist an den ecken insofern die tasche wiederum geschlossen ist auch verhältnismäßig gut bei stürzen geschützt da die ecken wie gesagt aus diesem gummi oder diesen kunststoff bestehen sind die einfach geschützt bei stürzen mir persönlich gefällt besonders die schwarze und die braune tasche am besten also wirklich nur von der farbgebung her von der verarbeitung her sind die alle okay wie gesagt bis auf an den kanten da gibt es hier und da etwas einige stellen die sind ein wenig ungenau verarbeitet aber vollkommen in ordnung und ich kann mir auch vorstellen dass die tasche nach einem halben jahr oder nach einem jahr benutzung entsprechend noch von außen gut aussieht und das leder eben nach benutzten leder aussieht wenn man telefoniert kann man natürlich die vorderseite der tasche auf die rückseite der tasche klappen also einmal um 180 grad quasi umklappen so dass diese halt beim telefonieren einfach nicht stört der verschluss das ist noch sehr interessant ist nicht magnetisch das heißt dort wurde einfach kein magnet verbaut sondern hält einfach durch physikalische eigenschaften durch einen leichten druck an das iphone an dem gehäuse des iphones wird die tasche quasi zugehalten ich gehe davon aus dass das iphone auch auf langer sicht nicht dadurch zerkratzt wird da die tasche wirklich nur nicht stark sich selbst verschlossen hält sondern relativ sanft was aber absolut ausreichend ist wenn man das ja nicht halt in irgendwelchen taschen nutzt in der handtasche könnte es schon kritisch werden dass wenn irgendwas mal hinter diesem verschluss hat dass die tasche von alleine aufgeht aber ich benutze nicht so häufig handtaschen von daher ist das für mich persönlich zumindest kein problem ja selbst das schwarze iphone sieht in dieser braunen tasche wie ich finde verhältnismäßig gut aus andere farben wie weißes iphone habe ich derzeit nicht hier aber wird auch in dieser braunen tasche natürlich auch in der weißen tasche verhältnismäßig gut aussehen wie bei vielen anderen handy taschen auch bin ich mir nicht ganz klar welche materialien hier verarbeitet worden sind aber zusammengefasst macht die tasche für 20 euro einen recht guten eindruck ja ich würde mich wie immer über kommentare und feedback freuen den link gibt es wie gesagt in der beschreibung zu diesem video und bis zum nächsten mal ciao